Hey Leute, hier sind wir, die Suchtprofis, und wir haben heute, ähm... SENSOR 4! ... 4 ausgepackt. Naja, ausgepackt nicht. Heute ist Freitag, ne? Und das Spiel wurde heute freigeschaltet und... Außer die ganzen Assi-Youtuber, die das schon drei Tage vorher spielen dürfen. Ja, und jetzt sind auch endlich wir an der Reihe und hauen jetzt unser Video raus. Ne? Ja. Ja. Viel Spaß dabei. Der sieht ja hässlich aus. Ach, das bist du! Guck dir mal mich an, ich seh'n cool aus, du siehst aus wie irgend so'n fetter... Keine Ahnung was! Voll der Bubi! Oh, okay, erst mal. Ich bin sicher, dass er etwas verrücktes Neugat-Risken hat. Oh, diese Piers. So eine Karte! Warte, komm mal kurz her! Guck mal, komm mal kurz her! Komm mal kurz her! Guck mal, Fernseher! Guck mal, Fernseher! Oh, Mann, ey! Was ist denn das? Hä? Da geht's nicht weiter! Oh, was machst du? Ich mach gar nichts, ich kletter hier hoch! Was ist denn da? Ich muss meine Öl verändern. Oh, mein Gott! Oh, ich wollte das hier! Hey! Hahaha! Oh, ich bin auf dem Auto gelangen und jetzt brennt das! Oh Gott! Was soll das denn? Hä? Ich kann mich nicht bewegen! Ja, du bist doch reingefroren! Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Äy, was soll das? Nein, nein, nein! Läu... Hahaha! 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 Hm? Oh, geil! Fuck! Hahaha! Oh, Mann, ey! Hahaha! Hahaha! Oder kaputt hauen! Hahaha! Hahaha! Ey, das war eigentlich lustig! Hahaha! Alter! Nein! Hahaha! Jetzt rottelt! Ich bin tot! Oi, wo bist du denn? Bist du da hinter der Konsole? Ja! Oh, weißt du? Ja, alles super! Du bist abgeflogen! Weiß ich nicht! Das wäre cool, wenn du mich irgendwie schieben könntest oder so, weißt du? Ähm! Pfff! Hahaha! Warum? Warum machst du das? Ich mach doch gar nichts! Du hast mich umgerannt! Hahaha! Voll die Opfer! Hahaha! 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 Was ist? Hast du das mich gesehen? Ja, ich hab irgendwas Splitter anhören aber so ansonsten. LOL! Was ist das denn? Ich weiß es nicht. LOL! Hahaha! Hast du mich gerade weggemacht? Ja! Ich denke, das geht nicht! Dachte ich auch! Hahaha! Wie lange bis die Aufladung ist complete? 55 Minuten! Hahaha! 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 Schau! Schau! Die Konnexion in dieser Umgebung ist lang. Hau! 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 Was machst du Ein- hahaha! Was machst du? Den Papageien streicheln, das Pendeln berühren, das Herz essen oder den Wein trinken? Was machen wir auch? Ich berühr das Pendeln! Das Pendeln hack dir die Hand ab! Hahaha! Den Papageien streicheln? Jooo... Leute Was für ein Wichser ist das? Thanks for the help Anytime Ähm Ähm What the fuck is this shit? Ähm Ähm Sag jetzt bitte nicht mehr Spielchen Sag jetzt bitte nicht mehr Spielchen Ähm Nein Nein Was ist das für ein Jemand? Was ist das für ein Jemand? Ich habe es für dich Ich habe es für dich Beifall auf diese Dinge Das ist richtig, Joe! Kacke das Aluminum an Ja Ist klar Ähm Rechne mal aus, dass du es blocken Mach auf jetzt Oh, ein Mann Kein Problem Hä Guck mal Lass uns das mit deiner Zeit Ja Ja Es ist doch schon Du hast doch nur zwei Momente auf diese Lichter, wenn ich... Ha 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 Wirklich nicht, stopp Hhh 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 Geh doch hin Ha 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 famous Moviequo Ist das gewollt? Komm mal her Schau deine verdammte Maus, Cyrus! Was ist denn das jetzt? Was? Ist das normal? Das stimmt doch nicht, oder? Das ist doch nicht richtig so. Du versuchst mich zu stoppen, oder? Ich glaube nicht so. Ey, Jo, was nicht? Jo, ihr fährt nochmal über den Fieber. Ey Leute, ey! Ihr fies doch fahren, die rückwärts. Warum hat der mich schon wieder umgefahren? Ja, komm! Ey, okay. Was ist das? Was ist das? Was ist? Hast du nicht die fette Frau da gesehen? Nee, ich hab nur gesehen, wie so viel aufgestanden ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du schaffst dich, wir hoffen? Wo ist das dein der 220e Er floral C babbel. uli? Vielen Dank.